Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Remscheid. Das im Jahr 1930 erbaute Gebäude verfügt über eine Etage. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie einen Parkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 230 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 160.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.